Okay, ach so, warte mal kurz. Wir haben noch eine Sache auf der Liste hier, wo es sich auch sehr oft gewünscht. Ich würde sagen, da schauen wir noch mal rein. Wir überziehen heute ein bisschen auf Ehrenbasis. Und zwar bei Open Mind, ihr kennt ihn, den alten Schlawinski. Er hat ein Video hochgeladen, das haben wir eben auf Twitter und Leute geschrieben. Und zwar Bier, das Grundnahrungsmittel. Woher kommt der Quatsch? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr neugierig drauf auch. Ich habe in letzter Zeit auch seine Drogenvideos gerne geguckt, weil ich es interessant finde. Und ich habe oft bemerkt, dass er ja offen ist für verschiedene Drogen, also von den einfachen Dingen wie Cannabis, von den etwas, ich sag mal, gewagteren Dingen, dass er relativ offen eingestellt ist, was ja gut ist. Aber ich habe immer das Gefühl, er ist so ein bisschen kritischer gegen Alkohol eingestellt. Und ich sage euch eine Sache, das finde ich gut, weil wir in Deutschland alle so viel zu leicht mit dem Thema Alkohol umgehen. Und ich finde, Alkohol sollte man etwas kritischer sehen, weil Alkohol ist schon einer der heftigeren Drogen. Nur weil es gesellschaftsfähig ist, heißt es nicht, dass Alkohol so eine tolle Droge ist. Alkohol hat schon sehr viel Leben zerstört, Alkohol ist eine sehr gefährliche Droge. Und ich finde, in Deutschland ist es irgendwie so, ja, unser Bier, wir sind stolz auf unser Bier, wir sind die Deutschen. Wenn ihr euer Bier gerne trinkt, no hate, gönnt euch, was ihr wollt. Aber ich finde, man sollte trotzdem, gerade für jüngere Menschen, klar und deutlich machen, dass Alkohol gefährlich ist. Das ist einfach mal, deswegen bin ich mal gespannt. Let's go. Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel. Ja, Grundnahrungsmittel, wir brauchen es halt mit Arbeiter, damit wir eine Kraft haben. Das ist bei uns so. In meinem letzten Video behaupteten einige Alkohol-Apologeten, dass Alkohol ein Grundnahrungsmittel ist. Und ich kann mich erinnern, dass mir das auch als Kind von anderen Freunden gesagt wurde, als wir beim Schlecker an den Bieren vorbeigingen. Doch woher kommt diese Aussage? Wenn sie so weit verbreitet ist, muss da doch was dran sein. Steht es irgendwie im BGB, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist? Wird Bier wie ein Grundnahrungsmittel besteuert? Bevor wir schauen, ob es irgendwo geschrieben steht, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist, schauen wir mal, welchen Wahrheitsgehalt das folgende Statement hat. Wenn du ein halbes Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Was? Wenn du ein halbes Bier trinkst? Ich verstehe die Frau so schlecht. Das Problem ist, wenn ich in Bayern aufgewachsen wäre, würde ich wahrscheinlich gut verstehen, aber für mich ist dieser Akzent, als ob ich irgendjemand mit einer anderen Sprache zuhören würde. Ich kann es nicht richtig zuhören. Wenn du ein halbes Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Also wenn du ein halbes Bier trinkst, ist es ein Grundnahrungsmittel. Macht gar keinen Sinn. Was ist denn ein halbes Bier? 500 Milliliter oder 100 Milliliter oder ein Liter ist ein Bier ein ganzes Bierfass, ist es ein Maßbier, ist es eine Bierflasche? Ich bin verwirrt. Dann brauchst du den Rest des Tages nichts mehr. Ah, ein halbes ist 0,5 Liter. Ah, okay, wir haben hier Experten, Tayo hier, Ibn Aboyer hier. Tayo hat geschrieben, ein halbes sind 0,5 Liter. Ah, ein halbes sind 0,5. Okay, alles klar. Die Bayern unter uns helfen uns hier weiter. Dankeschön, Leute. Kurs geht raus nach Bayern in den Freistaat. Weiter geht's. Schon öfter habe ich gehört, dass Mönche damals zur Fastenzeit Bier getrunken haben, anstatt zu essen. Marken wie Franziskaner bauen ja auch direkt solche Mönche in ihr Marketing ein. Aber ich muss sagen, Mönche sind schon cool. Also die haben schon Swag. Ich sage mal so, das ist kein schlechtes Marketing, weil ein Mönch mit einer Kutte, Däger, ist schon Swaggy Dude. Auch wenn Franziskaner nichts mit einem Kloster zu tun hat. Aber es gibt tatsächlich bis heute echte Klosterbrauereien und früher hat man zu Fastenzeiten als Mönch tatsächlich viel Bier getrunken, weil Flüssiges das Fasten nicht bricht. Aber damals wurde das Bier noch anders gebraut. Ah, ja, deswegen trinkt man Bier in der Fastenzeit bei den Christen. Weil Flüssiges bricht das Fasten nicht. Also du kannst Bier trinken und das hat ja trotzdem, dadurch, dass es ein, äh, aus Getreide und Topfen und was auch immer da drin ist, ich kenne mich nicht so gut aus mit Bier. Das gibt ja auch trotzdem ja, äh, Kalorien und dann kannst du sozusagen Flüssignahrung, also so mäßig. Ja, ja, okay, verstehe, verstehe, okay, macht Sinn. Das hat dann noch mehr Nährstoffe und einen geringeren Alkoholgehalt. Durch den höheren Wert von Kohlenhydraten und so weiter und Nährstoffen die Nahrung ersetzen konnte. Im Jahre 2014 schaffte es Chris Schreier in sämtliche Schlagzeilen, weil er sich 40... Dieser Typ ernährt sich 40 Tage nur von Bier. Oha, was? Sein Essensplan umfasst eine Flasche Bier zum Frühstück, eine Flasche zum Mittagessen, eine Flasche als Nachmittags-Snack und eine extra große Flasche zum Abendessen. Ey, aber dann hoffe ich mal für ihn, dass es alkoholfreies Bier war. Ist es sonst nicht irgendwie ultra gefährlich, die ganze Zeit so einen Alkoholpegel zu haben? 40 Tage lang nur Bier saufen? Uiuiuiuiui, alter. Nur von Bier ernährt hat? Hey, was ist das für ein Typ? Aber geiles Experiment, muss man sagen. Ist ein cooles Experiment. Aber auch dieser verwendete... Dieses Bier enthält genug Nährstoffe, um Chris bei seiner Reise raus zu... Ah, er hat sein eigenes Doppelbock mit dem Namen Brewmaster Thriete kreiert. Ah, aus einer Amsterdamer Brewing Company. Okay, er hat ein extra Bier gemacht, was genug Nährstoffe hatte, okay. Bier mit mehr Nährstoffen. Dieses Jahr hat der YouTuber Del Hall ebenfalls das gleiche gemacht und damit 20 Kilo abgenommen. Aufgrund der Menge des Alkohols steht es natürlich außer Frage, dass solche Diäten nicht sonderlich gesund sein können. Ob man die Diät ausschließlich mit normalen Oktoberfestbier durchstehen könnte, ist fraglich. Natürlich kann man eine halbe als Frühstück trinken und braucht den restlichen Tag... Ach, das sagt man echt so in Bayern. Eine halbe? Eine halbe ist einfach so ein Begriff. Das ist so seltsam. Das sind einfach Wörter, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. ... nichts essen, aber der menschliche Körper kommt ja sowieso mehrere Tage komplett ohne Nahrung aus. Also kein aussagekräftiges Statement. Dass sich Bier überhaupt als Ersatz für ein festes Nahrungsmittel eignet, liegt ja sowieso an Zutaten wie Hefe, Malz und nicht am Alkohol. Man könnte ja genauso Heroin in einen Smoothie reinmischen und es hätte gewisse Nährstoffe. Und für die, die jetzt sagen, dass der Vergleich nicht passt, weil ja Bier normal so hergestellt wird und das eine neue Erfindung wäre. Früher, vor allen Dingen verboten, war Bier ein deutlich vielfältigeres Getränk, in das man viele weitere psychoaktive Stoffe mischte, wie Tollkirsche, Stechapfel, Wermutkraut, Stamm... Stamm... ... Sumpfporst oder Schlafmohn, die Pflanze... ... Leute... Okay, das Bier war früher voller Drogen. Okay. Wurde deswegen das Reinheitsgebot eingeführt in Deutschland, weil die Leute sich einfach nur noch abgeschossen haben, aber auf dieser andere Ebene? ... aus der Heroin gewonnen wird. Hehehe, was ist da los? So gelobte Reinheitsgeburt kann nicht mal. Ich will Bier mit Schlafmohnen zurück. Man könnte sich auch einen Monat mit Haschmuffins ernähren. Das macht es weder gesund noch lässig. Oh mein Gott, das wird der heftigste Monat, Alter. Stell dir mal vor, du lebst einen Monat nur von so Haschmuffins. Du bist durchgehend auf so einem Trip. Du raffst nichts mehr. Du kriegst nichts mehr gebacken. Du bist übel langsam. Du kannst keine Arbeit mehr machen in der Zeit, weil du einfach die ganze Zeit in so einem durchgehenden Trip bist. Ich weiß nicht mehr, wovon du bist. Es wäre vielleicht einen Tag lustig, aber so nach einer Woche ist es Horror, weil du die Kontrolle einfach nicht mehr hast. Außer wenn der Körper sich daran gewöhnt und du dann immer mehr essen musst, dann musst du so direkt mehr essen. Aber ich glaube, das wäre heftig. Der wäre, glaube ich, zu krass. Das wäre zu krass. Hat das schon mal jemand gemacht? Das würde ich mir gerne angucken. Digger, also weil durch die Magenschleimhaut und so wird das ja ganz anders aufgenommen. Damit beurteilen, wie sinnvoll das Verbot ist und es bleibt damit auch noch gleichzeitig eine Droge mit vielen Risiken. Okay, nun zum Thema Steuer. Ach was, Unge übertreib. Hä? Ich bin schon seit zwei Jahren stoned. Mach ich auch so. Okay. Also die Sache ist die, ich habe meine Überdosis THC-Gummibärchen genommen. Ist ja quasi das gleiche wie Haschmuffins, nur halt eben mit einem anderen Esskörper, den man isst. Und ich habe da zu viel von genommen. Und ich hatte so einen heftigen Trip, das glaubt ihr nicht. Das war wie in einem Drogenfilm. Also das möchte ich nicht länger als, also ich möchte es gar nicht mehr haben, aber ich möchte es auf gar keinen Fall länger als eine Stunde, zwei Stunden haben. Und ich war fast zwei Tage lang nicht möglich, also ich hatte fast zwei Tage nicht die Möglichkeit, irgendwas Produktives zu machen. Ich weiß noch, wie ich ein Video schneiden wollte. Und da habe ich so auf die Schnitttaste gedrückt. Guck so zur Seite, guck wieder hin, drück nochmal auf die Schnitttaste und dann ist irgendwie zwei Stunden später gewesen. Also die Zeit ist mir so durch die Hände geflossen. Das war so krass. War auch ein bisschen viel, sag ich mal so. Und nicht wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Fisch mit 7%, weil sie als Grundnahrungsmittel gelten. Zusätzlich gibt es auch noch eine Biersteuer. In dem Gesetzestext, in dem bestimmt wird, dass man gewisse Zusatzstoffe nicht zu Bieren hinzufügen darf, wenn man sie mit dem Spruch gebraut nach deutschem Reinheitsgebot vermarken will, wird Bier immerhin als Nahrungsmittel bezeichnet. Bei der Recherche zu dem Thema stieß ich auf so viele Artikel, bei denen Bier als Grundnahrungsmittel deklariert wurde, ohne dass eine Erklärung dafür geliefert wird. Folgende Erklärung wurde mir oft von euch zugesendet. Vor circa 500 Jahren waren die Hygienebedingungen so ungünstig, dass normales Trinkwasser voll mit Keimen war und es daher unter anderem wegen dem antibakteriellen Effekt des Alkohols sicherer war, Bier zu trinken. Was? Leute haben anstatt Wasser Bier getrunken? Ist es nicht so, dass Alkohol dem Körper Flüssigkeit entzieht und dass man deswegen auch zu Alkohol noch Wasser trinken soll, damit man nicht so einen krassen Kater und so hat? Decker, was ist da los? Da wir heute sauberes Wasser haben, ist Bier heute nicht mehr so essentiell, um das als Erklärung dafür verwenden zu können, dass es heute ein Grundnahrungsmittel ist. Wenn man Grundnahrungsmittel-offizielle Liste googelt, wird Bier explizit als Grundnahrungsmittel ausgeschlossen und ich denke, dass es spätestens... Okay, also Bier ist kein offizielles Grundnahrungsmittel, das sagen nur Leute gerne. Okay, Bier ist kein offizielles Grundnahrungsmittel. ...damit offiziell ist, dass Bier kein Grundnahrungsmittel ist. Grundnahrungsmittel sind ja Nahrungsmittel, die in dem jeweiligen Kulturkreis den Hauptbestandteil der Nahrung ausmachen. Dass das Kulturelle da so relevant bei der Definition ist, wusste ich vorher gar nicht. Ich frage mich, was da so die Schwellen sind. Wie viele Leute müssen jeden Abend wieder Bier statt Wasser trinken, dass es wie damals als Grundnahrungsmittel durchgeht? Wie viele Leute müssen Veganer werden, dass das Gift, Milch, kein Grundnahrungsmittel mehr ist? I see what you did there! Ansonsten abonniert diesen Kabal oder wenn ihr ein besonders krasses Open Mind 3000 habt, werdet doch Kabal-Mitglied, denn diese Funktion ist seit kurzem bei mir auf meinem Kabal freigeschaltet. Und dann wundert er sich, warum Leute denken, dass er irgendwie in seinem Video stoned ist. Okay, kurz meine abschließenden Worte zu Bier. Also ich trinke kein Alkohol allgemein nicht, außer wenn Leute da sind und die irgendwie Alkohol trinken, dann trinke ich mal mit oder so. Aber von mir aus selber trinke ich kein Alkohol. Okay, und ich habe das letzte Mal Bier getrunken, glaube ich, zu der Longboard-Tour. Also 2014 ist schon einige Jahre her, fünf Jahre her. Da haben wir in Bayern, haben wir immer uns in einem Gasthaus Weizen reingekippt. Also ich habe mir Cola-Weizen genommen, weil Weizen pur irgendwie war mir dann zu bitter, weil ich bin ja kein Biertrinker, dann ist das so eine Gewöhnheitssache. Aber ich habe mir immer Cola-Weizen reingekippt, wenn es ging alkoholfrei. Aber ich muss sagen, Cola-Weizen hat mir echt gut geschmeckt. Ich bin also kein Bier-Hater oder so, aber ich finde auch, wenn Leute sagen, Bier ist ein Grundnahrungsmittel und so, finde ich es zu sehr verharmlost. Weil ich finde, man sollte darauf aufklären, dass Bier gerade in höheren Mengen sehr gefährlich ist und nichts für Kinder und Jugendliche eigentlich ist. Obwohl, in Deutschland ist ab 16 Bier erlaubt. Was ich schon, ich sage mal, okay, 16, da muss jeder selber wissen, was er tut. Aber I don't know. Also ich finde, Alkohol sollte man nicht unterschätzen. Alkohol sollte man nicht unterschätzen. Alkohol ist heftig. Unterschätzt es lieber nicht. Okay? War ein interessantes Video, aber kurz geht raus. Alkohol. Hauptsache Alkohol. Mal. Mal.